Ah, der Chaos-Trupp. Beutegeld. Magen. Der Job ist einfach. Sichern mehr Geld als der Feind. Noch fünf Minenkills muss ich machen. Gott sei Dank. Ist das nicht fantastisch? Du wirst schon begeistert. Ich auch. Dieses Scheiß der Helden geht mir so auf den Keks. Feinde landen im Einsatzgebiet. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschatten. Achtung, du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Auch das noch. Mich wollen sie wieder dieben mal ab. Ein bisschen mal Truppführer. Feinde landen im Einsatzgebiet. Hab dich. Das Kopfgeldziel wurde ausgeschlossen. Und gemacht. Könnt man den hier einer töten? Loco, töte den mal hier. Töne den. Ah toll. Danke für deinen Unterstützung. Ach, wir haben deine Seele. Holokos geworfen. Wo, wo, wo 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 Scheiße, ich kriege den Rücken. Ich bin getroffen! Weiß ich jetzt los, will ich aus! Der Typ, den ich gerade gekillt hab. Der Mega! Ich bin getroffen! Was zerflücken die uns denn so? Das kann ja wohl irgendwie nicht richtig sein. Alter, wer fischt mich denn aus der Luft? Die Türke sitzt in den Wäldern. Die Türke sitzt in den Wäldern und fischt mich aus der Luft. Du stehst aber so lange steif da. Ja, weil ich am checken war, wo ich hin wollte. Kopfgeld ziel gesichtet! Schnappt es euch! Jetzt ist er zum Kopfgeld ziel geworden, der Türke. Ich hab zwar keine Platten mehr. Feindliche Drohne über uns! Feinde landen im Einsatzgebiet! Alter! Ey, woher wissen die das verdammte Scheiße? Er kämmt da im Flieger! Jetzt mal ohne Scheiß! Das ist komisch! Ja, die sind fies! Da sind zwei Mann kamen! Warte, 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 warte! Entschuldigung, da sind aber noch mehr! Nein, du sollst warten, damit die die wiederbeleben! Außerdem verrätst du damit deine Position! Einer ist tot! Einer ist tot, ja! Du hättest aber zwei haben können! Ich hab hier was gefunden! Falls jemand das braucht! Einer ist tot! Feindliche Drohne über uns! Kopfgeld zielgerichtet! Schnappt es euch! Yo, Alter, was ist denn das für ein Typ? Ist der da noch? So ein hüpfendes Flummi-Ding mit Maske, der war einfach mal so schnell scoped und das kann doch nur... Er hat mich auch weggemacht. Er bringt da rum und hüpft und danach... Ein Aiming, das kann nur ein Aim-Mod sein. Du siehst ja nur kurz funkeln und dann ballert der nicht weg. Dann... Melde ihn. Der hüpft ja immer mal. Der hüpft ja immer mal. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Wenn er melden was bringt... Hast du dich jetzt heigelassen? Geh, ist das auch noch. Kalle? Äh... Ja. Ich renne hier über den halben Platz, um dich wieder zu überleben und kurz bevor ich da bin, wirst du frei. Ja, siehst du das nicht, dass ich auf dich zulaufe? Nein. Alter, Alter, der funkelt da aus den Wäldern, ne? Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Ja, der scheiß Türke ist da in den Wäldern. Werde hier beschossen! Einen hab ich K.O. Das ist besser. Einer hat Schildbruch. Noch einer K.O. Doppelabschuss. Ich verstehe sie nicht. Also die Wälder sind jetzt erst mal wieder frei. Hagen schreit doch nicht so auf der Aufkehr. Freu mich auch. Warte. Und der Kopfgeld kämpft da. Kämpf, kämpft im Haus. Der Fein springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ey, jeder verdammte Hit trifft und der fällt nicht um, der Hurensohn. Hat Schildbruch. Was? Warum zündest du denn diese ganzen blöden Mähen? Weil ich die eine, die dritte nicht gesehen habe. Keine Ahnung, wie da eine dritte liegen kann. Äh, wenn das zwei sind? Wenn das zwei sind ja, dann können da vier sogar liegen, Kai. Ah, toll. Warum ist die Male denn hier im Prison, ey? Ist der Wattliner im Prison? Komm, wir gehen hier hin. Ich hab gar nichts gefunden. Da ist, da ist ein dicker Geldsack. Ich hab hier was gefunden. Wir haben was gefunden, falls jemand das braucht. Kopfgeld zielgesichtet. Schnappt es euch. Geil. Eindliche Drohne über uns. Was ist denn das Kopfgeld? Alter, ganz weit weg. ist überhaupt irgendjemand am port ich höre hier überall noch kisten die nicht gelootet sind feinde landen im einsatzgebiet ja wunderbar da ist schildbruch schießt ob dort kopfgeld oder wird da ist einer runtergekommen hast du nicht gehört feinde landen im einsatzgebiet und dann kam der da gerade runter auf die brücke verfehlt der ist runtergesprungen jetzt gerade ich komm mit ich bin hinter dir loko du gehst darum ich versuche ihn von anderen seite einzuklemmen der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel ab der ist ausgestiegen aus dem heli naja sind auf dem dach gelandet von rechts von rechts habe ich gekriegt hier unten im haus ich kann leider nicht mehr markieren in dem blauen haus ich will dich wiederbeleben tot sonst hätte ich markieren können ich sag doch ich kann leider nicht mehr markieren also dem vom dach habe ich runter springt über dem gebiet ab auf den rechts von mir wird in dem haus hier springt schon wieder einer ab dann stirbt er denn endlich oder ist er da oben nicht alleine ich muss mal gucken gehen hier in dem haus unten im eingang war der ja ja woher eingang ist hier zu hier da ist er hat die tür zugemacht vorrisch ich geh mal von der seite rein hab ihn nochmal k.o. Zeit ist um, auftrag abbrechen los auf felsse wo ist der denn da oben gegangen? brauchst du ihn erwischt haben? ne was ist der denn hier? ok ich werde fliegen ich werde fliegen ich habe hier ein helikopter mit äh trophiesystem drin also wenn ihr wollt können wir eben wohin fliegen wo mehr los ist der fein nähert sich oh nein zehn sekunden ist vorbei ab ihn oben auf dem dach wo war er? oben auf dem dach zwei Mann oben auf dem dach in der toilette ja er schreit nur rum obwohl das Spiel schon vorbei ist ja das kennt man ja das kennt man da ist eure hütte und oben auf dem dach sind zwei feinde bringt uns nichts wenn wir unten drin sind ja 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 ja